in dem video gebe ich ein blick in die professionelle porträt bearbeitung und zwar porträt pro von tropics technologie und den link zum gratis unterladen die beschreibung ja man hat hier mehrere einstellungsmöglichkeiten ich werde hier jetzt nichts verändern weil ich da schon vorgenommen habe und es gibt hier mehrere strahlens auswahl schlussendlich noch anleitungen und die systeminformationen ja ich öffne hier zunächst einmal ein bild und startet so in dieser umfang und wenn in diesem bediener element da habe ich mir ein bild rein dass ich möchte ich habe hier schon ja es geht an dieser dialog und porträt pro schaut aber das gesicht erkennt dauert dann einen augenblick ja und das sagt hier schon geschlecht werden und als weiblich erkannt es würde auch männlich junge oder mädchen geben diese drei unterkategorien oder insgesamt ihre weiblich männlich junge und mädchen aber da ist ja schon als weiblich erkannt hat kann man das ganze übernehmen ich klick dann hier einmal drauf und porträt pro startet ins bearbeitungsmenü ja ich habe die vier die bearbeitungsliste einmal zurück eine vorhalte ansicht und eine nachhaltansicht in der bearbeiteten version und hier gehen die mal wieder gewisse mitteilungen auch wo man sich dran informieren kann als weiblich spaß hier und ich sage männlich würde das ganze als mensch ist modell umwandeln allerdings ist das hier ein weibliches und hier in der bearbeitungsliste habe ich dann hier mehr mehrere möglichkeiten für die bearbeitung es gibt hier diverse anwenden kann und aufgrund dieser linien hier fühlt es dann im gesicht übernommen ja wenn ich hier zunächst in den gesichtsform regler gehen habe ich hier unter hier wieder eine kurze beschreibung wie das ganze wird habe ich hier einmal die möglichkeit beim meisterfeld eine punkte oder mehrere punkte in diesem speziellen vor allem hier zu übernehmen oder auch nur in einzelnen für sich kann auch die stirn und die kind und das kind wir arbeiten die augen links und rechts ich habe hier also immer die möglichkeiten mehrere seiten zu bearbeiten hier hat die möglichkeit die augen zu weitern oder zu schmälern in dem speziellen vor allem möchte ich sehr gerne etwas ein auch hier dann die form des wohners die oberlipper unterlipper ausdruck ausdruck kann hier auch die liebten fälliger machen die nase formen ausdruck 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 die ausdruck in schon ziemlich und ich leite dann hier zur haupt und fangen hier wieder um die tränensäcke also immer links und rechts füße hat da hier eigentlich schon recht gut weg die man hier sieht vielleicht auch ganz schönheitsfehler etwas weiter dann durch die löser folgen ja und das ist hier eigentlich ganz gut die augenbrauen möchte ich nicht das gezinkt haben textur mitselnigkeit vielleicht etwas dunkler ganz so dunkel ja dann gehe ich auch schon in die hauptbelichtungsregel hier kann ich jetzt nur noch die lichtung definieren schatten definieren denn das make-up definieren lieben sticht vielleicht nicht so dunkel ich kann auch hier die frage speziell definieren oder hier eine andere farbe festlegen ich möchte es aber durch den ton ja kann sich hier noch ein glatt sind dann hier die mascara geben start des einzelnen Ja, so würde ich es lassen. Lidschatten. 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 plus quiet utgIm. tixiatin. gibt es hier auch mehrere möglichkeiten ich habe ja auch wieder die möglichkeit das ganze war nicht zu bearbeiten ja hier halte ich dann noch den unteren lidschatten heil 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 das wer dann hier ja kann dann nur stellen würde das hier vom ton her so circa das ist allerdings auch schon geschmackssache ja hier die highlighter vielleicht hier etwas mehr zurück haugenbrauen stift etwas netter und ich bin hier dann eigentlich mit dem make-up soweit fertig manche hier etwas haugen reinigen immer wieder linkes und rechtes auge oder beide zusammen pupille abdunkeln möchte ich hier nicht augen gut könnte hier jetzt noch die augenfarbe ändern aber das möchte ich hier nicht nicht reflektion entführen das möchte ich hier schon sagen also linkes rechtes hier noch den wunderschärfen kontraste haare der liebe heutzutage zu ja hier kann ich nun auch noch die farbe verändern wenn ich hier ein zarteres rot haben möchte beispielsweise und so geteilt färben tja so dann waren das jetzt eigentlich so ich könnte hier noch die hautfarbe definieren bräune helfen bei jetzt noch strahlend gesund ja ich würde strahlung strahlend gesund nehmen man könnte hier noch weitere kontraste und so weiter einbauen das braucht es hier allerdings nicht ja und wenn man hier jetzt ins vor hat nach hat ansieht dann ist es doch ja gelungen gut ich habe hier jetzt nur so ungefähr eine veränderung vorgenommen für professionellere beauty retuschen porträt retuschen müsste man sich schon etwas mehr zeit nehmen in dem video geht es nur darum zu zeigen welche möglichkeiten dass man hat und wie gesagt den link für den download lege ich unten in die bildbeschreibung und danke fürs zusehen bis zu einem meiner nächsten videos lege